Mensch, man könnte ja schon fast denken, das wäre eine BMW-Woche, aber nein, 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 ich gucke natürlich schon nach links und rechts, gar keine Frage. Aber damit erstmal hallo und herzlich willkommen auf Ausfahrt TV News und wir sprechen heute über das Thema autonomes Fahren. BMW hat als erster Automobilhersteller weltweit die Genehmigung erhalten, eine Kombination aus Level 2 und Level 3 Fahrerassistenzsystemen in einem Fahrzeug zu integrieren. Der neue BMW 7er, der jetzt auf den Markt kommt, ist mit dem BMW Autobahnassisten, also Level 2 und dem BMW Personal Pilot L3 Level 3 ausgestattet und setzt damit neue Maßstäbe im Bereich des automatisierten Fahrens. Ja, was braucht man denn auch, wenn man autonom fährt? Na klar, unser Produkt des Monats hier oben und in der Infobox verlinkt. Der BMW Autobahnassistent, eine erweiterte Funktion des Lenk- und Spurführungsassistenten, bietet insbesondere auf Langstrecken ein deutliches Plus an Komfort. Dieses System ermöglicht es dem Fahrer, die Hände bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 kmh über längere Zeit vom Lenkrad zu nehmen, während das Fahrzeug die Spurführung und Geschwindigkeitsanpassung selbstständig übernimmt. Auch Spurwechsel können ohne manuelles Eingreifen des Fahrers durchgeführt werden, wobei eine Blickbetätigung den Außenspiegeln ausreicht, um den Vorgang zu initiieren. Parallel dazu ermöglicht der BMW Personal Pilot L3 dem Fahrer, bei bestimmten Verkehrssituationen wie Stau auf der Autobahn, die Kontrolle des Fahrzeugs vollständig abzugeben und sich anderen Tätigkeiten zu widmen. Dieses System kann das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 60 kmh führen, wodurch der Fahrer telefonieren, lesen oder sogar arbeiten kann. Allerdings muss der Fahrer jederzeit bereit sein, innerhalb von wenigen Sekunden wieder die Kontrolle zu übernehmen, insbesondere in komplexeren Fahrsituationen wie Baustellen. Die neuen Systeme werden in Deutschland zum Preis von 6.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer angeboten. Für Fahrzeuge, die bereits mit der Sonderausstattung BMW Personal Pilot L3 ausgeliefert wurden, besteht ab August 2024 die Möglichkeit, den Autobahnassistenten ohne zusätzliche Kosten nachzurüsten. Dieser Schritt markiert einen signifikanten Fortschritt in der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und bietet BMW-Fahrern ein noch umfassenderes und komfortableres Fahrerlebnis. So, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Es gibt ja eigentlich nur zwei Lager. Diejenigen, die sagen, jo, könnte ich mir vorstellen und diejenigen sagen, auf gar keinen Fall, ich will doch selber fahren, ein autonomes Fahren, bleibt mir weg davon. In welchem Lager seid ihr denn? Schreibt es mir auch in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam diskutieren, denn Ausfahrt TV News ist und bleibt keine Einbahnstraße. Ich liebe den Dialog mit euch, deswegen lasst ein Like da für das Video, ein Kommentar wäre nett und ansonsten auch ein Abo für den Kanal. Und dann machen wir uns gemeinsam schön faulen Lenz. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. Bis zum nächsten Video.